Nun stellen wir euch Johannes Pott vom Obenende vor. Der parteilose Bürgermeisterkandidat ist vom Beruf Direktor Private Banking bei der Oldenburgischen Landesbank und unter dem Motto, ändern statt ärgern, will er Themen wie Infrastruktur, Wirtschaft und Umwelt angehen. Welche Ziele er dabei genau verfolgt, hört ihr gleich im Gespräch mit ihm, welches Jojane in der Von-Fehlen-Anlage am Splitt hin geführt hat. Viel Spaß! Johannes Pott wurde 1963 geboren und war Schüler an der Michael-Grundschule und Realschule in Papenburg. Danach machte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, Bankfachwirt und Financial Consultant. Seine ersten beruflichen Erfahrungen machte er bei der Oldenburgischen Landesbank. Dort arbeitete er sich von Matsui bis zum Direktor Private Banking hoch. Für das Amt des Bürgermeisters bringt Herr Pott also 40 Jahre Berufs- und Lebenserfahrung mit. Als Kandidat tritt er unter dem Motto, ändern statt ärgern, parteiunabhängig an. Diese Unabhängigkeit ermögliche ihm den Zugang zu Ideen und Wünschen der Mehrheiten und die Möglichkeit, notwendige Entscheidungen zu treffen. Er möchte Verantwortung übernehmen und Papenburg in eine gute Zukunft führen. Papenburg ist eine Heimatstadt, in der er und seine Frau gern wohnen, arbeiten und leben. Er kritisiert jedoch, dass die Politik in Papenburg teilweise das Gespür für die Belange der Bürger und für die Wirtschaft verloren habe. Zum Thema Jugend und Politik meint Herr Pott, dass Politik für jede Generation wichtig sei, egal ob jung oder alt. In seiner Freizeit sammelt er leidenschaftlich Musik, zum Beispiel die CD »Earth, Wind und Feiern« von Yandilei oder liest Krimis und Thriller. Wir freuen uns jetzt auf das Gespräch mit Johannes Pott. Hallo Herr Pott, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit uns zu reden. Welche Aufgaben möchten Sie als Bürgermeister zuerst anpacken? Also zunächst, das mache ich gerne. Und als Bürgermeister die erste Aufgabe, ich trete parteiunabhängig an. So das erste wird sein, dass ich versuche, die Politik, egal welcher Couleur, so einzuschwören, dass Entscheidungen für Papenburg getroffen werden und nicht für eine politische Partei. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil alle, die im Stadtrat sitzen, letztendlich die Aufgabe haben, Papenburg nach vorne zu bringen. Und ich denke, dass als parteiunabhängiger Bürgermeisterkandidat da eine relativ große Chance besteht. Okay, was möchten Sie anders als Ihre Vorgänger machen? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Ich persönlich würde sagen, dass Themen, die man anschiebt, auch final beendet werden müssen. Es bringt wenig, immer Themen anzuschieben, Konzepte zu entwickeln, diese aber letztendlich nicht umzusetzen. Und deswegen muss es also stringenter, fokussierter um die Themen gehen, die dann auch abgearbeitet werden. In der Pandemie wurde klar, dass die Politik selten bis gar nicht die Jugend im Blick hatte. Was möchten Sie in dieser Hinsicht anders machen? Da habe ich in meinem Wahlprogramm tatsächlich hineingeschrieben, dass ich plane, einen Kinder- und Jugendrat zu installieren, um letztendlich auch die Stimme aus dieser Generation zu hören. So, das ist wichtig, weil wir in der Politik, letztendlich aber auch in der Verwaltung, sind teilweise einfach älter und haben einfach dann, ich sage mal, andere Ideen und Konzepte. Und es ist schön, wenn man sich dann tatsächlich mit der Gruppe abstimmen kann, für die diese Konzepte dann letztendlich auch gemacht werden sollen. Jüngere haben oft den Eindruck, dass Papenburg eine Stadt der Alten sei. Nun gibt es mit dem Campus Papenburg ein neues Angebot, welches auch jüngere Bewohner anspricht. Wie kann Papenburg auch für junge Erwachsene attraktiver werden? Indem wir die Lebensqualität in Papenburg insgesamt erhöhen, sodass neben den Älteren letztendlich auch junge Familien hierherziehen, hier letztendlich ihren Wohnsitz machen. Der Campus ist eine tolle Möglichkeit, um letztendlich auch Jugendliche nach Papenburg zu holen. Da ist es vielleicht erforderlich, auch die Zahl der Studiengänge nochmal zu erhöhen. Aber das ist ein Schritt in die erste und in die richtige Richtung. Und für mich ist es so, dass wir auch eine Perspektive bieten müssen. Das heißt, Familien lassen sich hier nieder, wenn entsprechende Arbeitsplätze da sind. Wenn die Stadtbedingungen, ich nehme da mal zusammenhängend, Kultur, Veranstaltungen, Einkaufsmöglichkeiten, wenn das stimmt, sind auch junge Familien bereit, sich in Papenburg niederzulassen, um letztendlich dann auch mit ihren Kindern wieder die nächste Generation an den Start zu bringen. Was ja auch wichtig ist. Vergleicht man die Innenstädte von Papenburg, Meppen, Leer und Ling miteinander, fällt stark auf, dass die Angebote der anderen Städte weitaus attraktiver sind. Woran liegt das und haben Sie Ideen, diesen Zustand zu ändern? Also es ist immer ganz schwierig, Innenstädte miteinander zu vergleichen. Weil jede Innenstadt hat ja ihren eigenen Charakter. Papenburg ist eine Feenkolonie, die entlang der Kanäle funktioniert, was natürlich auch sehr schön zu sehen ist am Hauptkanal. Und das ist natürlich für touristische Zwecke eine ideale Konstellation. So, für die Einkaufsmöglichkeiten, das ist ja ein Thema, was vielleicht in Papenburg noch optimiert werden kann. Da muss man tatsächlich gucken, inwieweit es gelingt, Standorte so attraktiv zu machen, dass sich Gewerbetreibliche niederlassen. So, sicherlich ist da noch ein bisschen was ausbaufähig. Aber ich denke, dass wir in Papenburg, wie gesagt, mit diesem typischen Feenkarakter natürlich einen Fund haben, mit dem man auch wuchern kann. Und das finde ich natürlich auch ganz klasse, vor allen Dingen für den Tourismus und letztendlich auch für die Papenburger selbst, die in einer tollen Stadt wohnen. Ja, das stimmt. Kommen wir zu der Frage. Der Hauptkanal besitzt eine eigene positive Atmosphäre. Der Deva-Weg erzeugt dieses Gefühl leider überhaupt nicht. Folgt das dir des neuen Ems-Centers, dem des bereits bestehenden Deva-Parks, oder orientiert man sich am historischen Kern der Stadt? Den Hauptkanal hatte ich ja gerade in der letzten Frage schon mal kurz angerissen. Tatsächlich so, dass das natürlich von der Optik her klasse ist. Es ist immer schwierig, eine Entwicklung, die vorgegeben ist, komplett zu ändern. Und der Deva-Weg mit dem Deva-Park, letztendlich auch mit dem bisherigen Ems-Center, was ja jetzt neu gemacht wird, da muss man tatsächlich sehen, dass es eher so eine Einkaufsstraße ist, mehr so eine Zuwägungsstraße, so will ich das mal nennen. Der Hauptkanal ist die Flaniermeile und der Deva-Weg ist dann quasi eher eine Verbindungsstraße. Und ich denke, dass beide nebeneinander funktionieren müssen. Weil das ist einfach das Thema. Man kann nicht in der gesamten Stadt Papenburg, so gern ich es auch möchte, ich sage mal nur Flaniermeilen haben. Das funktioniert verkehrstechnisch nicht. Ja, das stimmt. Welche Angebote für Jugendliche gibt es für das neue Ems-Center? Das ist eine sehr gute Frage. Würde ich Ihnen auch direkt beantworten, wenn ich es wüsste. Weil das ist ja die Entscheidung des Investors, der ja überlegen muss, wie bekomme ich Publikum in meine neue Einkaufspassage. Und ich hoffe und ich drücke gerade den Jugendlichen die Daumen, dass da auch tatsächlich etwas dabei ist, was die Jugendlichen auch gut finden und nutzen. Und das ist aber eine Frage, die ich tatsächlich in keinster Weise im Moment beantworten kann und auch im Moment noch nicht beeinflussen kann. Ja, das stimmt. Unsere Eltern berichten von einer großen Papenburger Disco-Szene während ihrer Jugendzeit. Welche Möglichkeiten haben Sie als Bürgermeister, hier positive Akzente zu setzen? Also da kann ich Ihnen auch direkt live berichten. Da brauchen Sie Ihre Eltern nicht fragen. Es ist tatsächlich so, dass ich das auch kenne und auch seinerzeit tatsächlich diverse Diskotheken in Papenburg gewesen sind, wo junge Leute, damals war ich noch jung, sich treffen, getroffen haben und letztendlich auch einen Teil der Jugendzeit verbracht haben. So, dass es die nicht mehr gibt, ist absolut schade. Das ist korrekt. Und es wird die Aufgabe sein, inwieweit man tatsächlich einen Investor ermutigen kann, diese fehlenden Räume zu besetzen. So, und in der heutigen Zeit heißt es dann wahrscheinlich nicht mehr Disco, sondern eher Club, der gemacht wird. Und ich sage mal, ich glaube, dass ein Club in Papenburg funktionieren würde. So, und da muss man dann tatsächlich die Fühler ausstrecken und muss gucken, inwieweit das umsetzbar und realisierbar ist. Die Schülerlotsen am Mariengymnasium wurden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens vor der Schule ins Leben gerufen. Nun soll ein Aldi-Markt an dieser belebten Straße gebaut werden, direkt gegenüber der Schule. Gibt es neben zwei neu geplanten Edeka-Märkten in Papenburg plus dem neuen großen Marktkauf im Amps-Center und dem Lidl 100 Meter weiter nicht mehr als genug Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt? Und wird hier nicht auch wieder die Jugend bzw. die Schülerschaft am Mariengymnasium vergessen? Also was ganz, ganz wichtig ist, wir sollten keine Schülerschaft vergessen. Weil, ob das am Mariengymnasium ist, am Gymnasium oder an allen anderen Schulen, es ist einfach wichtig, dass Schüler ungefährdet die Schule erreichen können. So, und inwieweit das Verkehrsaufkommen erhöht wird durch den Aldi-Markt, kann ich im Moment tatsächlich nicht beurteilen. Es gibt Ideen, die Straße am Stadtpark teilweise zu einer Einbahnstraße zu machen. Wie der Verkehrsfluss dann im Nachgang sein wird, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Politik und auch die Verwaltung dafür sorgen werden, dass die Sicherheit der Schüler auf jeden Fall gewährleistet ist. So, es gab die ersten Ideen mit einer Ampel, die Ampelanlage, die installiert werden sollte. Das wird man sehen müssen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das man eher in ein, zwei Jahren nochmal auf den Tisch nimmt, um zu gucken, wie hat es sich tatsächlich entwickelt. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie wir das heute vermuten. So, und wenn es dann tatsächlich ein bisschen schlimmer sein sollte, dann müssen wir versuchen, da eine Lösung zu finden. Radwege in Papenburg. Viele Papenburger wünschen sich eine Verbesserung der Radwege. Wie kann man als Stadt das Radwegenetz voranbringen? Eine sehr schöne Frage, die mir auch in den letzten Wochen seit meiner Kandidatur immer wieder gestellt worden ist, weil das ist tatsächlich ein Riesenthema in Papenburg, das Radwegenetz. So, ich selber bin ab und zu mit dem E-Scooter unterwegs und mit den kleinen Rädern ist es tatsächlich so, dass man da also auch ab und zu sehr vorsichtig unterwegs sein muss. Das ist ein Thema, das im Moment hat man den Eindruck, hat man den Eindruck, dass es immer so zwischen den Parteien hin und her gereicht wird, dieses Radwege-Konzept. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich darauf fokussiert oder andersrum. Im Moment hätte ich auch ad hoc keine Lösung. Da muss man fair bleiben. Also ich kann jetzt nicht mich hier hinsetzen und sagen, ich präsentiere die Lösung. Aber was ich versprechen kann, ist, dass man dieses Thema stärker in den Fokus nimmt. So, und wenn ich ein Thema in den Fokus nehme und alle Beteiligten an einer Lösung interessiert sind, dann wird sich auch was bewegen. So, und das ist ein Thema, das man tatsächlich vielleicht dann in einer späteren Funktion als Bürgermeister tatsächlich beeinflussen kann, dass auch ein Konzept, das es gibt, umgesetzt wird. Und das halte ich für wichtig. Ja. Am oben Ende ist ein Bikepark in Planung, welcher von der Bevölkerung auch sehr gewünscht ist. Wie stehen Sie zu dem geplanten Projekt und welche Vor- und Nachteile sehen Sie in dem Park? Finde ich gut. Und Vorteile, das wissen Sie als Jugendliche doch deutlich besser. Das macht einfach Spaß. Das ist einfach eine tolle Freizeitbeschäftigung. Nachteile sehe ich gar nicht. Das ist immer so ein Thema, was suggeriert wird, dass das dann, wie soll ich sagen, ich hätte fast gesagt Lärm verursacht und und und. Da bin ich komplett dagegen, weil Kinderlärm ist für mich überhaupt kein Lärm. Punkt. Das kann auch nicht sein. Und deswegen sage ich, Vorteile sind da, Nachteile sehe ich derzeit nicht. Kommen wir zu Bäder-Situationen in Papenburg. Unser Schwimmbad ist aus den 70ern Jahren, unser Freibad aus den 30ern Jahren. Und seit über zehn Jahren drückt sich die Politik vor einer konkreten Entscheidung über einen Neubau. Wie sehen Sie diese Debatte und steht eventuell ein Neubau auf Ihrer Agenda? Das ist ein Thema, das ich auch aufgenommen habe. In meinem Wahlprogramm steht unter einem Punkt als erstes Neubau Schwimmbäder. So, da ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Punkt. Sie haben es gerade vorgelesen, zehn Jahre drückt sich die Stadt. Das ist genau das, was ich ganz zu Anfang ausgeführt habe. Wir müssen Themen zu Ende bringen. Wir müssen überlegen, was wollen wir? Wie wollen wir die Bäder-Situation in Papenburg verändern? So, und dann muss nach dieser Entscheidung auch umgesetzt werden. Und das ist das, was wichtig ist. So, und für mich ist es so, das sehe ich, Papenburg ist eine Stadt mit fast 40.000 Einwohnern. Da ist ein eigenes Schwimmbad und ein eigenes funktionierendes Schwimmbad schon erforderlich. Thema Badeseen. Viele Seen sind leider nicht mehr badetauglich, sprich die Strände sind zugewachsen und die Wasserqualität ist schlecht. Streben Sie die Aufwertung der Seen an, damit die Jugend nicht nach Hede fahren muss und wieder in Papenburg schwimmen gehen kann? Eine sehr schöne Frage. Als erstes, wenn wir das Schwimmbad schon neu hätten, dann würde das schon so ein bisschen was entzerren. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, die Badeseen, die wir haben, die müssen in einem funktionsfähigen Zustand sein. Ich kann tatsächlich die Wasserqualität und auch die aktuelle Situation an den Badeseen eher schlecht beurteilen. Es muss tatsächlich so sein, dass die verkehrssicher sind. Dass diejenigen, die dort baden, auch unversehrt wieder aus dem Wasser rauskommen. Das ist wichtig. Und über die Wasserqualität kann ich tatsächlich auch nichts sagen. Da muss ich tatsächlich passen. Welche Meinung haben Sie zu den geplanten kommerziellen Angeboten im Stadtpark? Sollte der öffentliche Raum nicht für alle frei zugänglich sein? Und welche Vor- und Nachteile ergeben sich Ihrer Meinung daraus? Sie sprechen das neue Projekt Outdoor-Werft an. Die Outdoor-Werft ist ja in Planung und ist ein kommerzielles Angebot. Es ist so, dass tatsächlich ja die Outdoor-Werft jetzt vom Kern des Stadtparks an den Rand verlegt worden ist. So und da muss man tatsächlich mal Folgendes machen. Man muss sich mal die Zeichnung vom gesamten Stadtpark angucken und gucken, wie viel für eine Outdoor-Werft quasi weggenommen wird. Und das ist tatsächlich ein eher kleiner Teil des Stadtparkes. So und wir hatten gerade zwischendurch schon mal über das Thema Freizeitmöglichkeiten gesprochen. Freizeitmöglichkeiten auch für Jugendliche. Und ich finde eine Outdoor-Werft mit einer Kletterburg und letztendlich auch mit einem Abenteuer-Golfplatz, so nenne ich ihn mal, ist natürlich ein tolles Ding. So und wenn dann der große Stadtpark freizugänglich und für umsonst zu haben ist, inklusive eines Mehrgenerationenspielplatzes, der auch sehr groß ist, dann ist vielleicht auch die kommerzielle Nutzung in einem kleinen Teil, ja, machbar. So sehe ich das. So, Thema Umwelt. Wie kann man als Kommune das sehr präsente Müllproblem bewältigen? Indem man mehr und größere Mülleimer aufstellt. Und vielleicht dann den Appell an alle nochmal erneuert, Leute, schmeißt den Müll bitte auch in die Mülleimer. Das macht also am meisten Sinn. Alles andere ist ganz schwierig. Ich sag mal, an jeder Ecke ein Mülleimer stehen zu haben, macht keinen Sinn. Aber die Anzahl und die Größe müssen stimmen und die Leute müssen tatsächlich ihren Müll in die Mülleimer packen. Das stimmt. Kommen wir zur letzten Frage. Welche Ziele sollten am Ende ihrer Amtszeit erreicht sein? Ich starte ja mit diversen Themen in den Wahlkampf. Das Wahlprogramm ist tatsächlich relativ breit gefächert, geht auf unterschiedlichste Themen ein. Ob das Digitalisierung, ob das Verwaltung ist, ob das das Miteinander ist, die Wirtschaft. Es sind also viele, viele Themen, die dort hinterlegt sind. Und mein Ziel ist es, davon möglichst viele angepackt und umgesetzt zu haben. Konkret würde ich sagen, wenn es am Ende der Periode so ist, dass ich sagen kann, dass ein parteiunabhängiger Bürgermeisterkandidat in der aktuellen Phase besser gewesen ist als ein parteiabhängiger. Dann muss ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Ja, dann sehr geehrter Herr Pott, wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Wahl am 12. September. Dankeschön. Dankeschön.